Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu den Endergames, äh, ja. Wir spielen das Kit Hai in den Biom Plains, weil Hai einfach mein Lieblingskit ist zurzeit und ich noch nix anderes hab. Oh, shit, da waren Eisen drin, aber hier haben wir auch zwei Diamanten. Gut, das ist ein sehr schöner Start. Das ist sogar ein sehr schöner Start, was haben wir hier? Werfbarer Trank des Schadens, das ist natürlich auch recht nice. Das kann übrigens sein, dass es ein bisschen laggt, weil ich im Hintergrund noch Eise ergrendere. Oh ja, es laggt, oh Gott. Ah, na hoffentlich sieht man das nicht so doll in der Aufnahme. Warte, wie hoch ist denn mein FPS? Oh, das geht eigentlich sogar noch. Äh, wie mach ich das wieder weg? F3, aha. Aha, okay. Ja, wie gesagt, wir sind ein Hai, das heißt, wir fühlen uns im Wasser wohl. Oh, ein Lava-Eimer, den können wir auf jeden Fall mal mitnehmen. Das sollte hier auch unten mal rein und wir sollten eigentlich nicht so viel Zeit verschwenden, wie ich es gerade tue. Ich fühle mich gerade ziemlich langsam. Oh Gott, was mach ich hier? Ich hab eigentlich heute den ganzen Tag Conquest gespielt, aber da musste man nicht craften. Das ist die Sache, da musste man nicht craften. Das heißt, ich muss hier erstmal wieder klarkommen. Oh Gott, so. Äh, die Lava platzieren wir da erstmal, weil ich viel lieber Wasser dabei habe. Und apropos Wasser, wir sollten vielleicht nochmal Wasser suchen. Da hinten ist Wasser, ich verzauber noch kurz mein Schwert. Schärfe, sehr schön. Und dann ist der weit hinter uns. Der kommt zu uns. Die Schweine hätte ich aber gerne noch. Ein bisschen Fleisch ist immer gut. Ist halt ein bisschen doof, dass das jetzt so lag, aber gut. Da vorne ist einer, ein kleiner Ungespielter ist da. Da laufen wir einfach mal nicht hin, sondern laufen erstmal irgendwo weg. Und suchen Wasser. Ist hier vielleicht eine... Ist das da unten Wasser? Ne, das ist einfach nur eine Schlucht. Okay, das ist natürlich interessant. Das sieht wirklich voll cool aus. Hä, das ist hier einfach eine Schlucht. Hm. Soll uns nicht stören. Wir holen uns hier erstmal die beiden Diamanten raus. Gibt's sonst noch irgendwas? Wassereimer ist auch immer schön. Gut, ja wie gesagt, wir sind ein Hai. Wir müssen also im Wasser bleiben, um irgendwas überhaupt töten zu können. Weil am Land haben wir leider einen Schwäche-Buff. Aber im Wasser, da haben wir Schnelligkeit 2, Regeneration 2, Resistenz 2. Und wir können unter Wasser atmen. Als einziges Kit in diesem Spiel können wir unter Wasser atmen. Und am Land haben wir halt Schwäche-Buff. Oder Debuff, besser gesagt. Und deswegen müssen wir eben Wasser bleiben. Damit wir Schad machen können. So, da ich keinen Gegner finde. Und hier ist tatsächlich jemand in diese blöde Schlucht reingefallen. Ah, nein. Wie kommen wir denn hier jetzt wieder raus? Ich habe schlechte Erinnerungen an Schluchten. Schluchten heißen die. Das ist eine Schlucht, lieber Dizzy. Das weiß ich drüber doch auch eigentlich. So, wir bauen hier einfach mal ein bisschen Erde ab. Um uns da eventuell hochzubauen. Ich hoffe einfach von oben kommt jetzt keiner runter. Da hinten ist einer. Aber der läuft weg. Ah, die kriegen sich. Das ist unsere Chance auszubrechen. Unsere Chance. Schnell. Okay. So, wo sind sie? Da hinten. Ja, weiß ich nicht. Hier ist auf jeden Fall so ein kleiner Tümpel. Dümpel, Dümpel. Der hat einen getötet. Ah, hier ist auch noch ganz viel Zeug. Den können wir uns absnacken. Hallihallo, hallöhle. Ach, egal. Wir nehmen sein Zeug einfach mit. Und dann ist alles gut. Er läuft auch weg vor uns. Das ist schön. Können wir hier erstmal unser ganzes Zeug anziehen, das wir eben gefunden haben. Ich hoffe, es laggt nicht allzu sehr. Warte, da war doch noch ein Helm. Was ist der denn jetzt denn? Nein, wir haben unseren Helm nicht. Egal. Gegner sind ganz weit weg. Wir können uns einen Helm selber craften. Wenn der uns schon nicht gegönnt wird, dann bauen wir uns halt selber ein. Mit drei Dias können wir leider nichts machen. Das brauchen wir auch alles nicht. Oh, es laggt aber echt mega. Das ist ja cool. Ich liebe, wenn es laggt. Das ist immer so toll. So, den brauchen wir nicht, den brauchen wir nicht. Goldapfel können wir uns nicht machen. Wir haben ein paar Pfeile. Die Angeln werde ich sowieso nicht gebrauchen. Die können unten rein. So, gut. Sieht doch ganz gut aus. Ich weiß nicht. Oh, ganz viele Kühe. Ob wir überhaupt irgendwas töten werden, weil es halt so laggt. Aber vielleicht sind wir ja gerade wegen dem Lag so gut. Dann töten wir einfach alles wegen dem Lag. So, Stärke 1. Sehr schön. Denn das ist ein Spieler, der uns abschießen will. Aber er weiß nicht, dass wir ein Hai sind. Aber damit wir überhaupt was mit als Hai machen können, sollten wir natürlich auch hier reingehen und vielleicht mal was essen. So. Wir könnten außerdem mal diesen Trank werfen. Trank des Schadens. Attacke. Sehr cool. Wir haben leider keine Pfeile von ihm bekommen. Na, wir versuchen es jetzt einfach. Jo, den haben wir erwischt. Das ist sehr schön. Nächster Spieler ist ziemlich weit weg. Jetzt ist der nicht mehr so weit weg, aber immer noch weit genug weg. Das heißt, wir haben Zeit hier, nichts zu machen. Na komm. Wir ziehen uns das an. Die können wir uns auch anziehen. Das kann alles raus. Raus, raus. Alles raus. Brauchen wir alles nicht. So. Dann nehmen wir uns hier die Level. Und vielleicht den Wassereim, obwohl ich eben zwei weggeschmissen hab. Aber was soll's. So. Level sind immer schön. Nein. Der ist immer noch ganz weit weg. Die Knochen brauchen wir nicht. Haben wir wenigstens einen getötet. Trotz Legs. Das ist doch schön. Der Heil ist sowieso sau. Die Camper, klasse. Aber na gut. Trotzdem meine Lieblingsklasse. Ah, zwei Diamanten. Sehr schön. Wir können uns einen Dia-Helm craften. Oh, wir laufen gerade direkt zum Gegner zu. Komm hier. Wir schenken dir was. Blau, blau. Oh, verdammt. Los, spring da runter und du kriegst die Level. So. Verfolgt er uns? Weiß ich gar nicht. Oh nein. Ich bin im Wasser. Ich bin so hilflos. Was? Echt? Du schießt auf uns? Das können wir auch. Ah, da oben ist noch einer. Yo. Verbrüdert euch gegen uns. Wir sind schon wieder hier. Okay. Das finde ich gar nicht so schlecht. Denn es ist wenigstens da einer im Wasser. Der hat sich raus teleportet mit einer Enderperle. Wir gehen natürlich wieder in unser Wasser rein. Hier fühlen wir uns wohl. Da hinten ist irgendwo einer. Oh. Das Coole ist, wir sind so gut ausgerüstet, dass wir das eigentlich... Oh nein. Schnell genug wieder weg heilen können. Ja, ja. Schieß du mal weiter. Ich crafte mir was. So. Wir craften uns einen Helm. Ach, verdammt. Okay, Helm war gar nicht so schlau. Macht nix. Und dann craften wir uns noch ein paar Schuhe. Sollten wir vielleicht behalten. Das Eisen. So. Jetzt fühlen wir uns gut. Jetzt fühlen wir uns gut. Die Gegner sind irgendwie alle ganz weit weg. Der hat wohl rausbekommen, dass wir ein Hai sind. Ist auch irgendwie ziemlich auffällig. Und es ist schon das Finale. Na gut, da muss er ja herkommen. Wir haben leider nicht so viele Pfeile, was ein bisschen schade ist. Und ich sollte vielleicht auch ein bisschen mehr Wasser unten rein tun. Falls er uns irgendwie an Land lockt, dass wir dann noch was machen können. So. Jetzt habe ich hier Scheiß eingesammelt. Das wollte ich nicht. Gut, wo ist er? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Hoffentlich sind da Pfeile drin. Nee. Nur essen. Kommt er denn näher? Nee. Er hat einen getötet. Und hat wohl den gerade gedootet gehabt. Hier ist ganz viel Sand. Das Wasser war da hinten. Wir laufen einfach mal in die Nähe von dem. Da hinten ist er. Na guckste mal. So. Eins. Ich glaube jetzt haben wir keine. Doch, wir haben immer noch einen Pfeil. Oh. Gleich haben wir keine mehr. Ich glaube das ist der letzte. Nee, wir haben immer noch einen. Oh, wie viele Pfeile haben wir denn? Wo haben wir die ganzen Pfeile her? Nochmal getroffen? Hier, nimm unsere Erfahrung. Ich brauche sie nicht. Ich möchte lieber ins Wasser rein. Wo ist er hin? Da ist er hin. Äh. Ja, gut. Komm her. Komm her, du. Komm her, Saul HD. Wir schubsen dich die Klippe runter. Und, ist er gestorben? Nee. Warum nicht? Sterb. Sterbt er? Okay. Okay. Er dürfte aber nicht mehr so viele Leben haben. Wenn wir da jetzt nochmal rum... Okay, egal. GG. Jo, das war der Hai. Ist das nicht toll? Der Hai. Der gute alte Hai. Das ging irgendwie zu schnell. Nee, okay. Nur in 10 Minuten. Das geht. Hacks. 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 Oh, falsch geschrieben. Hacks. So. Ja. Haie sind immer Hacker. Weiß man ja inzwischen. Und ich wollte euch eigentlich... Ich hab eigentlich nur Endergames aufgenommen, weil ich erstens Lust zu hatte. Und zweitens, weil hier der GOMAD-Server hübsch aussieht. Und den hab ich euch noch gar nicht gezeigt. Hier hängt überall so Zeug rum. Schön weihnachtlich. Und hier schönes Eis. Und draußen ist er aber hübsch. Da sind überall eingefrorene Bäume. Und auch überall dieses, weiß ich nicht, Lametta-Zeug oder was das darstellen soll. Und diese Zuckerli. Zuckerstangen. Kommt man da irgendwie rauf eigentlich? Ah, nein. Okay. Gut, das war fail. Ich wollte eigentlich auf eine Zuckerstange. Aber hier sind ja überall. Das ist voll hübsch geworden. Schade, dass Weihnachten jetzt schon wieder fast vorbei ist. Vielleicht ist Weihnachten schon vorbei, wenn dieses Video kommt. Ich glaub, das wird jetzt in der Nacht irgendwann kommen. Können gut sein. Auf jeden Fall sind wir ein Hacker. Habt ihr gelesen? Wir, die Hacker. Haben mal wieder gewonnen. Immer diese Hacker. Ah, das war knapp. Komm, das probieren wir nochmal. Wo ist dieses gelbe Ding? Da ist das. Das probieren wir nochmal. Wo sind wir hier eigentlich? Wir sind bei Survival Games. Survival Games. Ah, ja. Ich kann gut lesen. Und. Ah, nee. Doch, wir kriegen das noch hin. Pass auf. Oh, nein. Okay. Ah, ein Geschenk. Oh, ja, ein Geschenk. Ist das mein Geschenk? Das ist ja mein großes Geschenk, was da wohl drin ist. Bestimmt ein Konzert. Da ist bestimmt ein Konzert drin. Hör ich ihn mir mal. Ne, leider nicht. Aber hier ist noch ein Schneemann. Das ist auch schön. Das war ziemlich hässlich, aber ein Schneemann. Ja, gut. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet. Ich versuche jetzt einfach mal das Chamäleon freizuschalten, weil sich das jemand gewünscht hatte, dass ich das auch mal vorstelle. Dafür fehlen mir immer noch ein paar Punkte, aber mal gucken. Vielleicht wird das ja was. Ich hack ja jetzt hier immer und dann geht das ja ganz gut. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Huch, das ist neu. Labor? Äh. Ja, gut. Und tschüss.